Was ist mit Lukas? 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 Wüsst ihr, was mit Lukas los ist? Lukas, der hat... Lukas ist... Lukas kommt. Er hat ja auch gesagt, dass er nicht kommt. Lass uns mit seinem Team los. Ich war die ganze Zeit. Mit seinem... Er ist doch gecallt, wo du noch da warst. Er ist ein Bruder, der ist gerade eben rausgegangen. Ja, aber... Will der dann später? Ich weiß nicht, ich frage ihn. Ich weiß gar nicht, ob ich... Doch, er hat gesagt, falls wir dann morgen Arschluss haben, wir in einen beschreiten. Also halt sind die hier in die Gruppe. Da werden wir halt dann zu 7. Auf jeden Fall zu 4, aber... Digga, was ist zu 4, Digga? Ja, ich wollte 7 sagen, Digga, und sagen, einfach erstmal zu 4. 7? Geräusche für dich. Ja, überhaupt nicht. Ja, super. Jetzt kommt es, richtig.